. Haha, Idiot! Ich hab die ganze Flasche, Junge! Du bist jetzt fertig, du Kind. Was geht ab? Hast du irgendwas zu berichten über die Nacht? Ich hab Patrick Schlechtlaune, ja. Äh, wieso? Sag ich nicht. Die hat ja Schlechtlaune, weil er kein Video hat. Aber anstatt er einfach die Kamera rausholt, so wie ich, und dann ein Video dreht, er macht nicht. Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie er gerade aussieht, ne? Ey, sieht man diese Prinzessendecke? Wie sich das Image fickt. Ich, Maschallah, diese Hände. Boah, ich bin traurig, nehme ich auf. Ey, hier ist der Zahnstoch, haben wir noch, ne? Auf jeden Fall, Leute, wir gehen in Slazertag später. Nein, ernsthaft, wir gehen zucken jetzt. Ihr wisst ihr, was Slazertag ist? Wir sind perfekt im Team-Look, Hayat. Ja, Mann. Wir sind Team Hayat. Heute wird's. Link in der Videobeschreibung. Ja, Leute, klickt, äh, kauft auf jeden Fall die Shirts von Can, damit er, inshallah, auch irgendwann zu mir kommt und Tobi vorbeibringt. Inschabner. So, Leute, wir sind jetzt da. Ich hab mal hier genau neben Pilar M. sein Auto gepaart. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Das kann einfach nicht wahr sein. Warum? Schon wieder? Kianusch, dein Album ist schon wieder kaputt gegangen, Digga. Eins eins stehst. Ich hab einen kaputt gemacht, du hast einen kaputt gemacht. Wieso immer bei Kianusch, Bruder? Die Leute machen Auge. Ich schaff alles, Kianusch. Guck mal, weil die ja über diese ganzen Sachen rappt, wo kein Rapper drüber rappt, weil die einfach nicht die Eier dazu haben. Und du der Einzige bist, der wirklich die Wahrheit auf der Welt erzählt. Bruder, die Leute machen Auge, ja? Schon wieder. Aber der Inhalt kann nicht gelöscht werden, Bruder. Der ist bei mir im Auto drin und in meinem Kopf. Einfach CD wieder kaputt gegangen, Digga. Ich hoffe, wir sind wirklich von kleinen Beats, ja? Was ist das, Digga? Ich muss Pfandmarschel erstmal sammeln, ja? Wir gehen jetzt, äh, Lasertag. Banküberfall. Ach so, Banküberfall machen wir jetzt? Ja, wir müssen ganz, ganz. Haram, Brudan, Ramadan. Jan, musst du auch Geld abheben? Du hast Geld, Junge. Du wüsst nicht mehr Jan Bok als Jan Richer, Mann. Ich hab Geld. Boah, sein scheiß Auto piept die ganze Zeit, Digga. Wenn die wüssten, ne? Dass ich Lasertag-Profi bin. Leute, ich hab sogar eine Member-Card. Mit Smart heißt das. Digga, die Leute wissen gar nicht, wie ich abgehe auf Lasertag. Ich werde euch so dritten, Digga. Ja, wir sind doch in einer Gruppe. Ja, ich glaube, wir sind alle vier in einer Gruppe. Aber ich werde richtig... die ganze Zeit für euch kämpfen müssen. Bruder, ich geh da rein. Ich schreibe alle Web-Förderungen. Auf jeden Fall, Leute. Ihr wisst, Lasertag. Ich bin schon Level 3, Digga. Gegen NOOBS, Bruder. Keiner von uns hat das jemals gemacht. Bruder, bei mir ist schon so weit. Wenn ich euch hintereinander töte, guck mal, bei euch ist es so, wenn ihr dreimal hintereinander tötet jemanden, dann kriegt ihr schnell Feuer. Die ganze Zeit. Ihr könnt gedrückt halten. Sonst müsst ihr die ganze Zeit alleine schießen. Du hast ein Leben lang nur Lasertag gespielt. Auf jeden Fall, bei mir ist schon so weit, Bruder. Bruder, dieser Schnellfeuer, lass mal, wenn ich euch ficke, ich bin erstmal für so 10 Sekunden unverwundbar, ihr könnt nichts machen, 10 Sekunden, die können mich nicht killen, aber bei mir ist das Ding, weil ich Profi bin, muss ich öfter töten, damit ich das kriege, die müssen nur 3x, ich muss 4x oder 5x. Bruder, hör mal auf, ich schwöre es dir, das hat er beim Making of, als er bei mir im Studium war, hat er auch gemacht, das ist so ekelhaft. Bruder, ich will mit deinem Kopf anfassen. Bruder, wenn du willst, mach runter. Hallo, mach doch, das ist doch dein Auto. Idiot, Alter, du willst mit deinem Umfall. Tschüss, schau, guck, ey, ich will mal lieber den. Schau mal, dieses Sound, Bruder. Er lässt einfach gedrückt, ne? Er hat einfach Sound, ja. Das AMG-Paket. Warte, warte, warte doch. Bruder, du bist sowas von über rot gefahren. Nein. Spaß, falls die Polizei das sieht, das ist alles After Effects, das war klar grün. Ey, warum gucken die da tatsächlich? Allah-Akbar. Peng. Du stellst das Muslim schlechter, wieso machst du dich lustig über ISIS? Weil ISIS gibt es nicht. Ich habe nichts Besseres zu tun, als zu kommentieren. Spacken. Ja, kommt doch noch der. Die gucken durch die ganze Zeit, die denken, wir sind behindert. Ey, Can, ich gebe dir Fünfer, wenn du dahin gehst und ihn abknallst, Digga. Fünfer? Jawoll. Nee, darauf habe ich keine Lust. Komm, ich zahle deinen Lasertag, geht auf meinen Nacken, wenn du das kurz machst, jetzt mal rot. Wen soll ich abknallen? Einfach so peng an diese Fahrer da vorne. An wen? Das sind die Ammars, Digga. Das sind Ammars. Aussteigen, an Scheibe gehen, so peng machen und wieder reinkommen. Leute, ihr dürft euch niemals von euren Freunden so pushen lassen. Diese Amateure hier müssen gucken, wie das Ganze hier geht. Ich weiß schon, ich bin Level 3, Leute. Wir spielen zu viert, wir alle, gegen die ganzen Kids. Warte, wo sind die? Seid ihr bereit? Ja! Okay, er ist der Heftigste, er hat Fellertrikot an. Okay, stabil. Die Kamera hier so drauf. Warte, ich guck mal, wie das aussieht. Hier, die Afghanen, einmal. Kennst du diese, in diese Dings-Videos? Ja, man. Gut. Go on the left side. Go, 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 go. Hier, hier, go, go, go. Das Ding ist, ich spiel mit einem... Leute, ich spiel mit einem Afghaner, Digga. Anders, wir haben Vorteil. Wir haben automatisch Sport. Wir können nur die Bomben-Sachen so, oder? Wir haben keine Bomben, was soll man machen? Hast du dabei was? Nein, Bruder. Digga, wer weiß, bei dir, du sagst einmal Allah-Akbar, das Ding geht in die Luft. Hey, wir sind Team Grün, wir sind nicht Team Rot. Okay, wir sind Team Grün, klar. Deswegen, Jungs, verteilt euch jetzt. Ich starte euch Wurzeln. Allah-Akbar! Allah-Akbar! Hey, Jünger, die haben uns gefickt, Digga. Die umzingeln uns, Digga. Hey, ich hab' die Kämper! Hallo? Hallo? Hey, Jungs, du bist nicht immer noch! Hey, Jungs, du bist nicht immer noch! Ich fick' dich gerade, Alter. Scheiße! Fuck! Scheiße! Allah-Akbar! Die sind überall an uns. Ich hab' die gerührt. Ich hab' die Kämper! Ey, der Föder hat sich nicht ab. Ich hab' die Kämper! Komm, warum muss ich's testen, Mom? Bruder, wieso bist du da unten? Aber warum muss ich testen? Ich setz' dich hoch, Bruder, komm! Ey, nein! Scheiße, Bruder! Ich geh' dich ohne dich! Kennst du? Scheiße! Ey, die haben uns gefickt, Digga. Ey, der hat deine Wester ausgezogen! Ey, der hat deine Wester ausgezogen! Ey, der hat deine Wester ausgezogen! Klein, dich auf Fass-Modus. Was hat er gemacht? Bruder! Aber dem passiert gar nichts! Ich hab' den Karten einmal auf den Rücken geschossen! Ich geb' auf! Knall ihn ab! Knall ihn ab! Knall ihn ab! Knall ihn ab! Ey! Von dir bin ich richtig enttäuscht, Bruder! Von dir bin ich richtig enttäuscht, Bruder! Du bist in Afghanistan, Digga! Wo waren deine ganzen Borden gegangen? Bruder, du hast gar keine Ahnung! Ich bin alleine durchgelaufen, Bruder! Digga, wo ist Mülleimer? Digga, was dachten wir uns? Was dachten wir uns ernsthaft? Bruder, was dachten wir uns? Bruder, ich muss jetzt mal ein Gesicht verschneiden! Wisst ihr, wann ich zuletzt so geschwitzt hab? Bundesjugendspiele! Bruder, diese kleinen Kinder, ne? Kinder, Alter! Kinder, Junge! Hallo, wir spielen gegen Kinder, die Waffen tragen und die ficken uns, Digga! Wir waren eben beim Lasertag Wo willst du hingehen? Wir waren eben beim Lasertag Jetzt gehen wir ein bisschen einkaufen Kennt ihr das? Ihr geht in der Stadt und ihr seid zu dritt oder zu viert und ihr wollt neben euren Kumpels gehen und dann drängen die euch die ganze Zeit weg Du willst einfach in der Mitte gehen, aber wir machen... Dann geh doch vor! Ja, Bruder, okay! Was geht ab? Wir haben die Kamera kurz übernommen Ey, ich will ganz kurz, ne? Ohne Witz, ich will ganz kurz was klarstellen Wir sind grad in Dortmund Bruder, ey, wir sind hier am rumlaufen Ey, jede zwei Minuten werden wir angehalten Hör mal ganz kurz auf, ich muss hier klarstellen mit deinen Fans, ne? Ey, das ist gar nicht böse gemeint Nein, Wallah, Wallah, das ist nicht böse gemeint Aber, ey, stellt euch mal vor, ihr wollt einkaufen gehen Der arme Junge will sich nur in eine Jogginghose kaufen gehen Ey, wir konnten keinen Schritt Richtung Football machen Der Junge hat uns auseinandergenommen Also ich verstehe auf jeden Fall, dass es abstattet Ey, Bruder, das Ding ist Ich nehm mir trotzdem für jeden Zeit von euch Jeder kriegt ein Foto, jeder der will Ihr seid die Besten Hallo, nicht klauen hier Ne, ne, ne Bist du cool mit der Sambrille? Absolut Bist du cool oder nicht? Sonne blendet mich, Sonne blendet mich Weil wir hier einfach stehen Weil wir hier einfach stehen Müssen wir jetzt zwar nicht zahlen Oder besser als bleiben Aber bei ihm läuft der eh Beats mäßig Der Junge hat eh Geld Ich hab hier mein 200.000 Abonnentenspeche gedreht Und wir wollten das Ding mal abgucken Und diese Scherefsäte haben uns 20 Euro Und die Scherefsäte haben uns 20 Euro Aber sie sind für mich Sie sind für mich Auf jeden Fall Leute Spendet Kilain 20 Euro Spendet Spendet Afgan, du bist auch rich, Digga Nein, Bruder, so viel Geld Ich habe in den letzten Tagen verloren Nein, Bruder, so viel Geld Ich habe in den letzten Tagen verloren Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Nein, nein, nein Ich habe einfach so schöne Zähne Maschallah, Maschallah, Maschallah Der Blöff, Digga Hey, Jan, warte mal Den letzten Mal so, wie ich ihn gesagt habe Mit Jubel Mit Lupfer Einfach Lupfer Einfach über die zweite Ding 5 Euro Minus, Junge Aber der letzte Mal gut Bruder, hat keinen Sinn diese Alles Verarschung hier 5 Euro Minus einfach Aber der letzte Mal gut, doch mal Geht dir bei einem 5 Euro Döner kaufen oder so Aber hier hat das keinen Sinn Achimacham 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 Mert ist immer noch am Fotos machen Und jetzt gerade eben ist ja auch schon Security gekommen Wir sind einfach gefickt Wir sind einfach hier Schau dir das an Ich sag nur, ich muss locker seit einer Stunde pissen oder so Du kannst das vergessen Ich muss nur nach Gießen gefahren Ich bin herbe kaputt Auf jeden Fall Leute Ich will einfach nur noch schlafen, Digga Das Tag Das ist mein One-Way-Ticket Das ist mein One-Way-Ticket Verbetten Mach Platz da! Das ist mein One-Way-Ticket Ähm, Freunde Eigentlich hat man gesagt, dass wir keinen Tank mehr haben Und wir haben aber wirklich keinen Tank mehr Aber dieses Lied, ne, macht einfach nur heiß Einfach nur drücken, ne? Schau mal, jetzt push doch nochmal, Digga Ey Leute, hört auf dem Auto niemals geräusch, Digga Autounfall ist safe, safe, safe Deswegen frage ich, wollt ihr das sehen? Ja Ja, das sind nicht so viele Ich frage euch alle Wollt ihr das sehen? Ja Naja, da geht noch mehr Wollt ihr sehen, was jetzt morgen noch passiert? Ja Ja Bruder, mein Gehirn ist aus Ja, genau Grüß dich an den Afghan Ekei Weiße Zähne Beine sind die noch weißer Ja, pack an Ja Leute, waaat Grüß dich an den Spiegel Ja Ja